So, einmal Vox Escort, ich spiele mal ein bisschen was an, damit man auch sieht, dass es funktioniert und die Podis sind gereinigt. Da knackt nichts. Und da sind wir da. Gehen wir nochmal in den zweiten Eingang. Da sind wir wieder im alten Eingang. Da sind wir wieder im alten Eingang. Die Bahnsteig ist mit dem ersten Eingang. Untertitelung des ZDF, 2020